Butterblume. What? Oh, die Dorki, du warst. Meine Butterblume. Ich meine, die Butterblume fehlt, weißt du noch, bei uns klopft die. Hey Leute, was geht? Was geht? Es geht dir einen guten, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Wir haben uns heute hier versammelt für den obligatorischen Liesemonat. Für den Monat. Mei. Melli, wie riecht dein Monat? Gut? Naja, es geht gut. Also ich hatte ein Buch dazwischen. Boah, da habe ich lange drangesessen. Boah, da habe ich lange drangesessen. Aber ansonsten gut. Danach habe ich wieder aufgeholt. Und Einzelform war ja auch lang. Jaaa. Sechs Hundert Seiten. Ja, das war ja das Buch. Ja, da saß sie auch länger dran. Also ich habe eine weirde Sache. Ich habe euch heute elf Bücher zu zeigen. Zehn Bücher? Eins, zwei, drei. Ja, vier, vier, sechs, sieben, achtmal, zehn, elf. Ich habe euch heute elf Bücher zu zeigen. Eins davon ist vom letzten Monat. Was ich ja im letzten Monat noch beendet habe. Aber wir haben ja den Lesemonat vorher gedreht. Und eins beende ich morgen noch. Aber wir drehen das ja am 30. Also beende ich diesen Monat noch eins, was ihr aber wieder nicht seht. Und das seht ihr dann nächsten Monat. Das ist Nele. Glaube ich. Ich glaube schon. Nein, ich habe nichts gehört. Also habe ich auch elf Bücher. Aber eigentlich sind es zwölf. Aber auch nur elf von diesem Monat. Ja, egal. Auf jeden Fall hat sie jede Menge. Ja. Mir fehlen nur noch zehn Bücher. Dann habe ich mein Reading Challenge gedingst. Also ich habe diesen Monat vier Bücher geschafft. Hast du das noch nicht gesagt gehabt? Nein. Oh. Ich wollte erst, dass du mit deinem Ding hier glänzen kannst. Ich muss mich öffnen. Ich leide mir so warm. Ne, ich muss das öffnen. Ich dachte du bist von der geschlossenen Fraktion. Bin ich auch. Aber mir ist so unglaublich warm. Ich weiß nicht wieso. Okay, fangen wir an oder haben wir noch was zu sagen? Ähm, wen schauten wir denn out? Ich wollte noch mal jemanden outschauten. Zwei Leute, die wir schon mal outgeschautet haben. Aber, die kommentieren einfach so krass oft, dass ich finde, dass wir die noch mal nennen könnten. Und ich muss was korrigieren. Genau. Ähm, und zwar, ihr wisst es wahrscheinlich. YesNoWThings und jo-l. Ob ich. Auf jeden Fall, ihr beide seid echt einfach überall zu finden. Und deswegen schauten wir euch hier noch mal aus. Out, out. Wir haben euch super leid. Ja. Und freuen uns natürlich über jeden Kommentar. Ja, und ich habe ja letztes Mal Vivien outgeschautet. Und, ähm, Asche auf mein Haupt. Der ist gar nicht Vivien. Der heißt gar nicht Vivien. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Vivien kam. Ich meine, die Vivi. Genau. Die Vivi. Hallo. Hallo. Dich meinte ich. Ja. Schöne Grüße. Ja. Diesmal haben wir einfach doppelt die Shoutout. Alles chillig. Alles gut. Okay. Ähm. Ich hatte einen so guten Lesemonal. Also im Sinne von, wie mir die Bücher gefallen haben. Das ist Nele. Oh. Ne. Geht das schon wieder lustig? Die langweil ist nicht mit den ganzen Nele. Das ist die Nele nicht. Die langweil ist nicht, hast du Nele mal gesehen? Okay. Du kannst ja die Tür auflassen. Du bist ja momentan alleine hier. So. Ähm. Normalerweise gehe ich ja immer von, äh, Bestes, äh, Schlechtes zum Besten. Ganz kurz. Ich nenne mein Reread einfach vorneweg. Und auch mein Bucketnissenbuch, weil das war dasselbe. Weil es ist einfach super. Aber ich will nicht, dass es die Liste halt verfälscht. Ne. Deswegen. Spiel der Macht von Mary Rutkowski. Wir alle kennen das auf diesem Kanal unter dem Namen Winners Curse. Oder auch aka eins meiner Lieblingsbücher. Es blieb selbstverständlich bei 5 Sternen. Ähm. Ich finde es toll. Das ist eins dieser Bücher, wo man es sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch lesen kann. Es gibt ein paar Sätze, die sind im Englischen, finde ich, die haben mehr Power. Aber grundsätzlich ist das Deutsche genauso gut wie das Englische. Deswegen. Habt da keine Angst. Lest es auf Englisch. Äh, auf Deutsch. Und seid glücklich. Ach ja. Und es ist wunderschön. Können wir ganz kurz. Ich finde es auch super schön. Hier rüber reden. Da sind Rosen drauf. It's so pretty. Und das Allertrauglichste auf der ganzen weiten Welt ist, dass ich das beendet habe und mir dachte, lese ich jetzt Winners Curse. Aber ich habe es halt nicht gemacht, weil ich die Reihe ja auf Deutsch rereaden will. Und wenn ich mich halt jetzt an die Englisch-Nüte setze, dann habe ich natürlich keine Lust, die nochmal auf Deutsch zu lesen jetzt bald. Ne, deswegen habe ich es gelassen. Ne, das muss da drunter noch. Ja, da drunter. Ne, da drunter. Ich weiß. Ach so. Ne, guck mal. Ne, guck mal. Okay. Das ist ja auch generell well loved. Viele Leute lieben das. Aber es hat sich einfach gezogen. Es ist sehr dünn. Ich habe es an einem Tag durchgehabt. Aber es hat sich gezogen. Es wollte nicht enden. Ich finde, der Autor hat so einen Fehler gemacht. Und zwar geht es hier sowohl um Krieg als auch um Aliens. Und ich finde halt, entweder... Oh, um Zeitreise auch. Ich finde, er hätte sich entweder einen Aspekt aussuchen müssen, um den es dann halt mehr geht. Sagen wir, den Krieg. Ne. Oder... Also und dann halt die anderen weglassen. Oder halt sich auf die anderen konzentrieren und dann auf den Krieg nicht so sehr. Weil sowas einfach... Mal war der Krieg. Dann waren dann die Aliens. Und dann sind wir durch die Zeit gereist. Und ich war immer so... Also ich habe mich echt gelangweilt und äh... Also ne. Ich fand auch die Art und Weise, wie das Buch aufgemacht ist. Also die Typography, die Schrift. Ganz schlimm. Und hat zum Schluss dann nur zwei Sterne bekommen. Wie ist es laufen? Na, sehr gut. It's yoking. So. Und jetzt sind wir natürlich bei den Büchern, die ich mir natürlich freiwillig ausgesucht habe. Weil ich die auch tatsächlich lesen wollte. Es ist offiziell. Ich darf Buchse und Lala einfach nicht mehr vertrauen. Wenn Buchse und Lala sagt, ein Buch ist gut, dann muss ich für mich entscheiden, es wird schlecht. Und dann einfach dieses Buch nicht kaufen. Ich habe gelesen, Blanca y Roja von Anne-Marie McLemore. Das ist eine, ähm... Schneeweißchen und Rosenrot und Schwamensee. Nacherzählung. Und, Leute... Nee. Also auch das hier hat nur zwei Sterne bekommen, leider. Ich fand den Anfang wirklich vielversprechend. Ich mochte Roja. Also von den beiden Mädchen ist Roja auf jeden Fall mein Favorit. Ich, äh, hands down, der beste Charakter ist Yearling. Yearling ist toll und der hat ein trauriges Leben und ich wünschte, das Buch wäre über Yearling gewesen und nicht über die dummen anderen. Ähm, ich weiß nicht, ob einfach Magical Realism nichts für mich ist. Ich weiß es nicht. Aber hier geht es halt um zwei Schwestern, von der sich eine wahrscheinlich bald in den Schwank verwandelt. Und dann, äh, war der Wald auch noch mehr oder weniger ein eigener Charakter. Und... Der Wald. Der Wald. Und Buchse und Lala hat letztens in ihrem neuesten Video gesagt, ich mag Magie, die nicht erklärt ist. Die einfach passiert. Ohne Regeln. Das ist perfekt für Buchse und Lala. Ist klar, dass sie das liebt. Aber ich finde es nicht okay. Wenn jemand in den Wald läuft und auf einmal verwandelt er sich. Und das funktioniert dann aber nicht nochmal. Und es ist... Das Buch war einfach nicht für mich. Und dann muss ich noch was ansprechen. Ah ne. Die Problemmacherei hier drin. So, wow. Also die beiden Schwestern haben Drama gehabt, weil eine was rausgefunden hat und dann mit der anderen nicht geredet hat. Wenn die da einfach erzählt hätte, was abgegangen wäre, wäre nichts passiert. Absolut gar nichts. Aber gut. Ja und dann wollte ich eine Sache ansprechen. Ich hoffe, die versteht ihr nicht falsch. Hier ist ein Charakter drin, der ist Transgender. Also der ist in einem Mädchenkörper geboren, will aber ein Junge sein. Und jetzt glaube ich, der ist Non-Binary. Aber ich bin da auch nicht so... Was ist das denn jetzt schon wieder? Ähm, ich glaube das ist, wenn man weder sie noch er ist. Also wenn beides geht... Ich hoffe ich... Es ist gemein. Also ähm, ich hoffe ich trete hier mit niemandem zu nahe. Ich bin in diesem Thema einfach nicht so richtig belehrt. Aber, also so nachdem ich das Buch beendet habe, denke ich, okay, vielleicht ist der Non-Binary der Charakter. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall will der aber eigentlich ein Mädchen sein. Und dieser Charakter sagt halt die ganze Zeit, ja meine Eltern akzeptieren mich nicht. Weil, als sie mich gefragt haben, bin ich ein Junge, habe ich gesagt, ja, aber du kannst mich auch sie nennen, solange du nicht denkst, dass ich ein Mädchen bin. Und ich habe mir halt gedacht, hä? Aber deine Eltern wollten dich doch akzeptieren. Die werden super krass klar gekommen damit. Aber die verstehen halt nicht dieses, ja du kannst mich auch sie nennen. Ne? Und dann gab es halt der Love Interest von diesem... Für mich ist er ein Junge, weil er hat ja gesagt, er will ein Junge sein. Ähm, das Mädchen, in das er sich verliebt, nennt ihn aber sie. Und wenn man dann in ihrem Kopf war, hieß es immer, ja, sie ging da und dahin. Und ich hatte massive Probleme damit, zu verstehen, dass die den männlichen Charakter meint. Also, wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall... Ich komme rum einfach. Ja. Und es hat mich einfach so gestört. Vielleicht würde ich mich daran gewöhnen, wenn ich sowas öfter lesen würde, ich weiß es nicht. Aber mich hat es einfach so krass irritiert, wenn das ein männlicher Charakter ist und der war dann sie. Weil alle anderen haben den halt als er angesprochen, nur diese eine Person nicht. Und es war alles in allem einfach ein sehr anstrengendes Buch, finde ich. Und deswegen nur zwei Sterne. Sorry. Mach du mal eins. Okay. Also... Kannst du da bitte? Ja, bitte. Mein erstes Buch, was ich gelesen habe, war von der Jenny. Ja. Jennifer L. Armentard im leuchtenden Sturm. Sturm? Sturm. Sturm. Also... Ich habe dem ganzen zwei Sterne gegeben. Könntest du glauben? Warum? Ich meine, ihr wisst alle, ich mag die Jenny. Wir lieben die Jenny. Wir lieben die Jenny. Aber hier hat sie es einfach total übertrieben. Und verkackt. Ja. Erstens hatte ich das Gefühl, ich lese Mythos Academy. Weil wegen der Bibliothek und der ganzen Palimp. Wobei man da nicht sagen kann, dass es Pessy, dass es Boris schuld ist. Und vielleicht... Ja. Ich weiß nicht woran es lag. Aber es kam mir halt sehr ähnlich vor. Dann muss ich sagen, die Beziehung... Also diese Jossi. Mhm. Oh mein Gott, was hat die mich genervt. Dieses Mädchen hat überhaupt kein Rückgrat. Oh. Was ist das denn für ein Vorbild für junge Mädchen, die dieses Buch lesen? Hallo? Äh... No. Das ging gar nicht. Dann... Roth? Nee. Nee. Seth. Seth? Da würde man auch lange nicht alles Roth in die Schuhe schieben. Seth? Ähm... War blöd. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte so zwischendrin immer das Gefühl, ist das ein Porno hier oder was? Also es wäre schon schön, wenn die mal miteinander reden. Vor allen Dingen ihre aufgeschrieben Pornofeuerzeichen. Man darf sich doch mal unterhalten. Ja, das war so ein Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Man darf sich auch mal unterhalten. Ähm... Ja, das hat mir total gefehlt. Da hat der richtig Mist gebaut. Aha. Richtig Mist gebaut. Aha. Die lässt sich wieder begreifen. Ja, aber der sagt es ja. Sie weiß es ja auch nicht bis zum Ende. Ja, nein. Ich meine jetzt... Der macht ja mehr. Der... Der redet generell. Abwertend über sie und... Also der ist in diesem Buch sehr echt nervig. Ja. Und äh... Ja, ich war total enttäuscht. Zwei Sterne. Ja. Du darfst erinnerst. Ja, mir hat es einfach... Die Story war nicht so super duper. Äh... Die zwei haben genervt. Sie hat genervt ohne Ende. Ähm... Ja, ich war enttäuscht. Das war jetzt das gute Band, ne? Zweite. Zweite. Oh, da kommt ja noch eins. Ne, zwei. Ja. Ja, ich bin heute wieder voll vorbereitet. Das ist doch so, wenn wir das daran meinen. Wie ihr merkt, ich bin immer total spontan hier. Ja, ich merke schon... Oh, ich weiß gerade nicht mehr, wie viele Sterne habe ich denen gegeben? Sekunde. Guckt das mal nach. So. Ich habe nachgeguckt. Ich weiß jetzt, wie viele Sterne das bekommen hat. Das nicht schlechteste Buch ist nämlich leider The Last Life of Prince Alistair von Alexandra Bracken. Und das hier hat 3,5 Sterne bekommen. Auf Goodreads allerdings abgerundet. Das ist der zweite und letzte Teil nach The Dreadful Tale of Prosper Reading, was ich ja letzten Monat gelesen habe und geliebt habe. Es war ein tolles Kinderbuch, tolle Geschichten, tolle Charaktere. Da hast du die ganze Zeit gesagt so... Warum, warum? Weil einfach nach dem Ende vom ersten hatte ich... Ich wusste, wie der zweite weitergehen sollte. Ich dachte, das ist so ein Buddy Cop Ding, wo die sich am Anfang nicht mögen und dann Freunde werden. Und ich dachte, die Charakterentwicklung wird krass gut. Und ich war bereit. Und dann habe ich das hier bekommen. Und... Also erstmal finde ich einfach die Welt, in der die da waren, nicht so interessant. Was traurig ist. Weil es war eine Fantasywelt. Es war eigentlich was Cools. Es war so deren Version von der Hölle mehr oder weniger. War nicht so cool. Also ich fand es einfach nicht so super interessant. Ich fand es nicht... Ich weiß nicht. Ich... ne. Dann dachte ich, ich wäre diese Cousine los. Diese Nell. War ich auch nicht. Die war da. Aber ich muss sie zugute halten. Sie war in dem Band auf jeden Fall erträglicher als im ersten Teil. Was ja schon mal gut ist. Dann... Prospers Charakterentwicklung war einfach erstmal nicht da. Und dann ins Negative. Und dann war er wieder derselbe wie im ersten Teil. Was jetzt nicht so schlimm ist, weil ich Prosper eigentlich gut finde. Ich finde, der brauchte keine krasse Charakterentwicklung. So. Der war okay. Okay. Aber... Alistar... Selten so enttäuscht gewesen. Der hat ja als Böser angefangen. Und ich dachte mir, okay. Der wird gut werden in dem Band. Die werden sich zusammenraufen und so. Und... Mh. Ne. Und Alistar wurde noch unerträglicher und noch böser. Und hat sich gegen alle Leute gestellt. Und ich habe mir einfach gedacht, Alistar? What? Ich habe... Ich habe einfach nicht damit gerechnet. Ich war so... So enttäuscht. Und dann kam halt das Ende. Und das war halt so gerusht einfach. So. Man muss... Man hat richtig gemerkt... Ich glaube, ich habe da ein Haar. Also man hat richtig gemerkt, finde ich, wie die Autorin den halt in eine Ecke gelotst hat. Wo der halt böse war. Und mieses Zeug gemacht hat. Also gegen Ende hat der wirklich mieses Zeug gemacht. Und dann musste der so eine scharfe Linkskurve machen, damit die Leser zufrieden sind. Und das war so gerusht und so total unverdient. Und ich war so enttäuscht. Und dann das Ende, Ende war okay. Aber es war auch... Es war einfach... Es hätte so viel besser sein können. Na, der erste Teil hat dem mir so viel Potenzial gegeben. Und Alexander Bracken dann so... Nein. Alexander Bracken so... Ich möchte Game of Thrones Season 8, bitte. Also... Wie das so eine neue Beleidigung ist. So. Und dann ein anderes Buch, was mich klitzekleines bisschen enttäuscht hat, ist... The Bitter Kingdom von Ray Carson. Der letzte Teil der The Girl of Fine Thorns Trilogie. Die... Ihr wisst, ich liebe The Girl of Fine Thorns. Besonders... Besonders, ähm... Die Crown of Embers. War in meinem, äh... Jahreshighlights letztes Jahr. Und, äh... Ich war bereit hierfür, weil wir lesen hier aus der Sicht des Love Interests. Und ich war... Ich war bereit. Die Geschichte ist weiterhin nicht schlecht. Und was hier passiert ist auch nicht schlecht. Ich hatte meinen Spaß. Es hat vier Sterne bekommen. Es war alles okay. Aber... Es war so leicht. Es war so leicht. Dieses Buch ist in drei oder vier Teile aufgeteilt. Und halt in jedem Teil erreichen die halt das, was sie halt erreichen wollten im Laufe der Reihe. Und das ging so schnell. So... 150 Seiten für das. Und alles läuft so, wie sie es haben wollten. 150 Seiten für das. Alles läuft so, wie sie es haben wollten. Und ich denke mir so... Hä? Du kannst doch nicht eine Trilogie lang so tun, als wäre das so eine große Sache. Und dann schaffst du es direkt. Und so, wie du wolltest. Das war so... Bäh. Irgendwie... Bäh. Und, ähm... Dann, ähm... Der beste Charakter, außer jetzt Eliza und, ähm... dem Love Interest, ist natürlich Storm. Ich liebe Storm. Jeder, der die Reihe liest, äh... Storm. Ist, finde ich einfach cool. Ich liebe den. Und ich wollte sagen, ganz zum Schluss gab es so... Eine gute Message für jeden Menschen auf der Welt. Ähm... Es gibt nämlich einen Charakter, der heiratet. Und ein anderer sagt keine... Ich sag nicht, wer heiratet, wer... Alles ist keine Sache. Aber es heißt halt so, ja, ich bin schön für die Person, auf die es ankommt. Und irgendwer dann so, ja, ja, dein Bräutigam oder deine Braut... Ich will ja nicht sagen, wer es ist. Äh... Der wird dich bestimmt wunderschön finden. Und die andere Person sagt dann, ja, aber ich meinte mich. Ich finde mich schön. Und ich war einfach so... Das war einfach so... Ich war so happy. Ich mein, die Reihe war sowieso gut. Was Vorbild angeht und so. Aber das hier, hat den Vogel abgeschossen. Richtig, richtig gut. Aber halt, die Geschichte fand ich so ein bisschen meh. Mach gut. So, mein nächstes Mal. Ich hab Baby auf den Arm. Ja, soll Baby zu mir kommen? Ich weiß nicht, steht sie? Komm Baby. Oh, oh, oh. So. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, war Children of Blood and Bone. Goldener Zorn von Tony... Tommy Adeyemi. Oh, mein Gott. Lesen, ne? So, das war dieses Buch, wo ich gesagt hab, oh mein Gott, ein Buch, was so toll aussieht, das muss doch auch schön sein. Und gut sein. Und Melly hat das ja so... Ne. 4-Stände Baukräfte. Wow, okay. Ich hab Inan gehypt, weil Inan Vitere ist. So, ich nahe das mal runter, weil das ist schwer. Kann ich das nehmen? Ja. Ich habe mir dazu notiert... Es gibt ja immer so nach den Kapiteln halt so Charakterwechseln, ne? Mhm. Drei verschiedene Sachen. So. Und ich kenne das von Thorn of Glass zum Beispiel. Mhm. Und bei Thorn of Glass ist es so, dass du in jedem Kapitel wirklich mit so'n, was passiert jetzt, ne? Du wirst zurückgelassen und denkst, hast die ganze Zeit im Kopf so nach dem Motto, was ist denn jetzt mit dem Charakter? Wie geht's mit dem Charakter weiter? Hier nicht. Also hier, der hat wirklich, der Schriftsteller hat... Schriftstellerin hat, fand ich, es nicht geschafft, Spannung aufzubauen. Ähm, ich fand die Charaktere eher langweilig. Leider. Ich habe dem Buch, habe ich das schon gesagt? Nein. Drei Sterne gegeben. Ähm, es ging schleppend. Und? Was mich dann auch wirklich genervt hat. Ich bin ja, also es gibt ja dieses, was hast du eben gesagt? Suspension of Disbelief. Suspension of Disbelief. So, soll ich das erklären? Wenn du magst. Das bedeutet so viel wie, wenn du Harry Potter liest, kannst du nicht sagen, ja, aber auf Besen kann man nicht reiten. Du musst dich der Welt anpassen. Wenn da unlogige Sachen passieren, die in unserer Welt halt unlogisch wären, dann musst du halt damit klarkommen, weil es ist ein Fantasybuch. Es ist halt nun mal so. Also, und normalerweise macht man das auch gar nichts aus. Aber, du kannst nicht in ein Buch schreiben, in einer Passage. Wir brauchen... Drei Tage. Drei Tage, äh, egal wie wir, ob wir jetzt mit dem Schiff oder mit, äh, mit den Pferden oder weiß der Kuckuck, wir brauchen drei Tage, um da, um einen bestimmten Ort zu erreichen. Und zwei Sekunden später sagt der andere, hey, wenn wir da und da lang fahren, äh, ne, laufen, dann sind wir einen halben Tag da. Hä? Ich konnte nicht mehr, als wir das erzählt haben. Das ist, ja, das hat ja mit Disbelief nichts zu tun. Das ist einfach unsinnig. Das ist einfach unsinnig. Das, das geht nicht. Also, du, du, das ist unlogisch. Das ist unmöglich. Unmöglich. Also, ich meine, okay, wenn du jetzt sagst, ich meine, die Schriftstellerin kann natürlich auch sagen, oh ne, du, das war so, weil wir sind ja da in so einem Magic World und... Ne, die hätte halt sagen können, ja, wir haben Überschallgeschwindigkeit, dann hätte man sagen können, ja, okay. Aber du kannst halt nicht sagen, es ist unmöglich und dann sagen, ja, aber da, das safest du dir zweieinhalb Tage. Ja. Das geht halt nicht. Das, das, das war so, ne. Das hat man den Vogel abgeschoben. Ja. Hab ich gesagt, wir sind so wütend. Ne, sorry, ich bin ja sehr mind open, open minded. So bin ich. Ich bin das sehr. Aber das war so, wo ich sag, ne, 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 da komm ich nicht drauf klar. Drei Sterne. Inan? Ehrlich gesagt, ich sag ja, ich fand die alle so ein bisschen langweilig. Aber der ist so wie Therin. Komm, die Entscheidung, die er zum Schluss trifft, ist schon interessant. Also ich finde, er, also ehrlich, finde ich Therin besser. Ja, ja, ja. Nein, von dem Leidwesen finde ich Therin leidvoller. Ja, klar. Selbstverständlich. Also ich finde, er, ähm. Hat ein besseres Leben. Der hat ein besseres Leben. Und er müsste sich halt einfach mal entscheiden, ne. Ja. Wobei, das macht er ja zum Schluss. Und das finde ich interessant. Es ist nicht das, was wir wollen. Aber es ist interessant. Also ich weiß es nicht. Ich finde, das war ziemlich auf der Hand. Das lag auf der Hand, ne. Wie, was die richtige Entscheidung wäre. Ja. Und. Dann ist das halt. Dann passiert, ne. Ja, okay. Ja. Ähm. Dann habe ich mein Percy Jackson Buch für den Monat gelesen. Ich habe gelesen Im Haus des Hades. Von Rick Riordan. Der vierte und damit vorletzte Teil der Helden des Olympus Reihe. Wieder vier Sterne, weil offensichtlich kriegt jedes Buch in der Reihe vier Sterne. Egal wie ich es fand. Ähm. Der hier war auf jeden Fall besser, finde ich, als der Teil davor. Das, äh, das Zeichen der Athene oder so. Ähm. Ich werde nicht warm mit Hazel und Frank. Sorry. Ich, ich, ich. Es ist nicht so, dass ich die nicht mag. Aber ich werde einfach nicht warm mit denen. Ich bin lieber mit allen anderen zusammen, als mit den beiden. Ähm. Dann finde ich, ich weiß nicht, ich finde das problematisch. Hazel ist 13 und ja, die hat einen älteren Geist. Aber die ist 13 und die steckt in dem Körper von einer 13-Jährigen. Und wenn dann ein Leo, der 15, 16 ist, sagt, oh, sie sah scharf aus, denke ich mir, hm. Ich finde nicht, dass man schreiben muss, dass eine 13-Jährige scharf aussieht. Das kann natürlich jeder sehen, wie er will, aber das finde ich persönlich einfach nicht so geschmackvoll. Wenn das ein 13-Jähriger zu einer 13-Jährigen sagt, würde ich sagen, ah. Aber Leo ist einfach älter und es ist, ich weiß nicht, ich finde das, fand ich nicht gut. Ähm. Dann, ich habe nachgeguckt. Im nächsten Teil liest man aus der Sicht von Nico. Also habe ich nur vier Bücher lang gewartet. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Das geht ja noch, ne? Ähm. Ich wollte noch etwas anderes ansprechen, was ich jetzt leider total befallte. Ich warte es wieder. Die Liebesgeschichten hier drin werden ja sowieso von den Hardcore-Fans total angepriesen und so. Und ich habe die ganze Zeit auf Leos gewartet. Also natürlich Nico und sein Love & Trace habe ich natürlich gewartet. Aber auch auf Leo, weil ich wusste, ich wurde gespollert, ich wusste, wer sein Love & Trace war. Wisst ihr, wie lange es gedauert hat, dass die beiden sich ineinander verliebt haben? Richtig. Eine Woche. Und das geht nicht. Du kannst nicht fünf Bücher brauchen, damit Percy und Annabeth zusammenkommen. Und Leo und sein Mädchen lieben sich in der Woche. Das nervt mich. Das nervt mich. Und ich will das nicht mehr sehen. Und nächsten Monat beende ich die Reihe. Also. Jupptidu. So. Also? So dachte ich, ich war drin. Nee, ich habe erst eins gemacht. Das hat sich lange angefühlt, wenn ich denken musste. Ja. So. Dann das nächste Beste Buch war The Gilded Wolves von Roshani Tchotchke. Seht ihr? Ihr seht das nicht. Aber ich habe das dreckig gemacht. Ich habe da Tinte drauf bekommen. Oh. Because I'm absolutely stupid. Kannst du nicht mit dem Tintenkiller da machen? Nee, das ist schwarze Tinte. Schwarze Tinte kannst du nicht mit dem Killer. Auf jeden Fall. Hier gibt es einen Vlog zu. Ich verlinke unten die Vlogs. Ähm. Fand ich gut. Die letzten 60 Seiten haben das Ganze so ein bisschen irgendwie kaputt gemacht. Die letzten 60 Seiten fand ich nicht so gut. Ähm. Trotzdem coole Geschichte. Sehr Six of Crows-esk. Es ist sehr ähnlich große Gruppe von Leuten, die dann halt Sachen herausfinden. Einer der Charaktere heißt wie ich mit Nachnamen. Haha. Da war ich so ein Gerät. Auf jeden Fall. Ähm. Ja. Und das Buch hat eine super krass gute Repräsentation. Also so Diversity. Wir haben zwei Leute aus Afrika. Eine aus Polen. Eine aus Indien. Wir haben zwei bisexuelle Charaktere. Ein Mädchen auf der Autismus-Skala. Also krass diverse. Wird auf jeden Fall Leuten ans Herz legen. Ich glaube es wird nicht jedem gefallen, aber ich fand's gut. Und wie gesagt, das Ende fand ich noch so ein bisschen lame. Aber ich werde auf jeden Fall weiterlesen. Du bist dran. Yay. Also. Hallo. Ich will halt dich fest. Jetzt kommt mein Bucketlisten-Buch. Und zwar war da der Punkt, ähm, ähm, verbotene Liebe. Korrekt Mutti. Ja manchmal, ja. Ja manchmal. Manchmal bin ich ganz brauchbar. Ähm. Ich habe gelesen von Mary Rutkowski. Rutkowski. Spiel der Macht. Ich habe dem Buch vier Sterne gegeben. Hab ich? Ja hast du auch, hab ich. Ich habe dem Buch vier Sterne gegeben. Ähm. So. Ich muss mal ein bisschen ausholen. Und zwar. Melly hatte mir ja... Ach Melly. Die hat ja nur von diesem Buch geredet, ne. Ihr wisst ja, ne. Melly ist absoluter Fan von diesem Buch. Ich... Hohle Birne. Hohle Birne. Hohle Birne. Hatte irgendwie im Kopf, das geht da um Dämonen. Ich weiß nicht was los ist, weil ich rede in jeder freien Sekunde über dieses Buch. Ja. Und ich hatte voll... Ich hatte im Kopf, dass sie eine Art Engel oder so ist und er ist der Sohn des Teufels. Und so. Ja. Ich fange an zu lesen und denke so. Hä? Hat die mir das falsche Buch gegeben? Hahaha. Ich so. Melly. Das ist nicht das Buch. Doch. Das ist dann. Hä? Ja. Das ist schockiert. Nicht schockiert, ne. So. Ähm. Vier Sterne. Ich bin gut durchgekommen. Also durch das Buch. Bei Kale glaube ich. Ja. Ich bin gut durchgekommen. Lässt sich sehr gut lesen. Ähm. Die Charaktere fand ich auch interessant. Die Geschichte finde ich interessant. Ähm. Puh. Aber deine Erwartungen waren so hoch? Ja. Also ich hab halt gedacht so, boah dieses Buch, hey vielleicht haut es mich um. Aber nein, das hat mich nicht umgekommen. Sie haben uns jetzt angewöhnt, ich werde jedes Buch was ich gut finde, werde ich sagen, ich finde es schlecht. Damit sie keine hohen Erwartungen an die Bücher mehr kriegt. Weil das ist natürlich nicht gut. Das Bildungsaspekt ist hier also erreicht, ist ja toll. Ja. Vier Sterne. Ähm. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Es ist gut und ich bin auch gespannt wie es weitergeht. Hat es dir denn auch weh getan? Denn wir alle wissen, wer das Buch mag, der leidet. Hat es mir weh getan? Ne. Also. Ah, das ist sogar ernst. Ne. Ach, die kamen auf die Türe. Ähm. Hast du mich gelitten? Ne, ich hab nicht so gelitten. Weil ich glaube ich bin auch mit den Charakteren nicht so dicke. Also. Also. Ich fand den nicht schlecht, aber ich hab mich nicht so... Es ist das gleich wie bei dem Aladdin-Film gestern. Ja, aber... Ich konnte mich nicht so mit den Charakteren verwendeln. Aber freust du dich total auf den zweiten Teil? Naja, sagen wir mal, es macht mir nichts aus, das zu lesen. Hm. Enttäuschung. Hahaha. So. Mein viertbestes Buch ist vollendet der Aufstand von Neal Toos the Man. Der zweite Teil der vollendet Reihe. Ähm. Ich hatte nichts auszusetzen an dem Buch. Aber ich fand ihn nicht so gut wie den ersten Teil. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso. Es war einfach die ganze Zeit beim Lesen. Nichts hat mich gestört. Alles war okay. Aber ich hatte keine Liebe zu ihm. Deswegen hat er 4,25 Sterne bekommen, glaube ich. Ähm. Es war gut. Es ist eine gute Weiterentwicklung der Geschichte. Alles chillig. Aber... Ich weiß nicht. Irgendwie... Es war wie mit dem Aladdin-Film gestern. Hahaha. Du hast ja gerade gedacht. Aber... Ihr wisst was ich meine. Es war einfach irgendwie... Ich weiß nicht. Dann, ähm... Gibt es hier einen neuen Charakter. Er heißt Cam. Er ist ein wertvolles, kleines Baby. Und er muss beschützt werden. Wenn er ihre Baby. Ja. Er muss beschützt werden. Ich hoffe, der macht keinen Miesen im dritten Teil. Aber der hat jetzt einen Plan. Und ich hoffe, dass das ein guter Plan ist. Und nicht, dass der irgendwas Dummes macht. Und dann gibt es noch... Alles als beliebt. Starkey. Mason Michael Starkey. Wow. Hasse ich den. Also... Ich habe schon Roland aus dem ersten Teil sehr gehasst. Weißt du noch, man hasse Roland. Yes. Obwohl... Zum Ende hin. Aber ja. Aber... Ich hasse Roland. Und dann dachte ich mir. Ja. Hier wird es doch keinen wie Roland geben. Nein. Es gab wenig Schlimmeres. Das ist wie wenn man Joffrey ersetzt durch Ramsay. Weißt du. Das rettet einen halt einfach manchmal. Ja. Das sind wir gewöhnt. Das traurigste von allen ist, dass Starkey ist der erste Charakter, den wir hier treffen. Das erste Kapitel ist aus seiner Sicht. Und ich kam klar. Ich habe mir gedacht. Okay. Der ist vielleicht ein bisschen nicht auf der rechten Spur. Hm. Aber ich könnte mich anfreunden mit dem. Der ist okay. Und dann sagt er eine Sache gegen Charaktere aus dem ersten Teil. Und ich so. Okay. Du hast schon mal verkackt. Weil gegen meine Babys aus dem ersten Teil hast du schon mal gar nichts zu sagen. Ne. Soviel das Ganze an. Oh meine Nase. Meine nicht. Meine aber. Weißt du wie super rot. Ja. Du darfst nur was machen. Auf jeden Fall. Ja. Der hat nichts gegen meine Charaktere zu sagen. Weil. Ne. Und dann wurde er immer schlimmer. Und er hat immer schlimmere Sachen gemacht. Ich habe einfach gedacht. Okay. Ich hoffe. Du stirbst elendig. Ob das passiert. Müsst ihr selber lesen. Aber der Typ. Immer wenn wir bei ihm waren. Immer wenn er bei mir war. Habe ich mir gedacht. Geh einfach weg. Der ist schuld an so viel was hier passiert. So viel was gar nicht passiert wäre. Wenn der Penal nicht da gewesen wäre. Macht es dazu gefasst. Wenn ihr Roland schlimm fand. Das. Ne. Ihr wisst bescheid. Yes. Achso. Ich muss ja noch ein. Yes. I'm sorry. Das drittbeste Buch diesem Monat. War The False Prince. Von Jennifer A. Nielsen. Dazu gibt es ebenfalls einen Blog. 4,75 Sternen. 4,75 Sternen. 4,75 Sternen. Ähm. Fand ich gut. Fand ich sehr gut. Ich mochte den Charakter. Äh. Den Protagonisten. Äh. Sage. Wow. Jetzt hatte ich fast was gesagt. Also ich mochte den überhaupt Charakter Sage. Der ist cool. Der ist super lustig. Hatte super viel Spaß an dem. Die Geschichte ist cool. Es geht um äh. Vier. Beziehungsweise drei Jungs. Die ausgebildet werden. Um der verschallene Prinz zu werden. Und dann passieren halt Sachen. Ist cool. Mochte ich. Ging super schnell. Der Schreibstil war Hammer. Wer mit einem englischen Fantasy Buch anfangen möchte. Hier ist es. Weil es ist definitiv für jüngere Leute. Sage ist 15. Ähm. Es ist wirklich, wirklich gut. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Und ich mochte das hier. Sehr. Yay. Mal was letztes. Mein letztes Buch. Also ich muss kurz sagen. Das hat mich schockiert. Das hat mich schockiert. Regelrecht schockiert. Mich auch. Das ist das Buch. Komischerweise habe ich mir zu diesem Buch überhaupt keine Notizen gemacht. Crazy, oder? Crazy. Das habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen, oder was? Ja. Ich habe ihm vier Sterne gegeben. Mhm. Und es ist von Becca Fitzpatrick, bis das Feuer die Nacht erhellt. Der zweite Teil von Engel der Nacht. Genau. Die Hasch-Hasch-Reihe. Korrekt. Ja. Ähm. Ja. Also ich habe das Buch angepriesen mit den Worten. Du wirst es hassen. Selbst ich mag es nicht. So. Das war Ansporn für mich. Ja. Echt zu mögen. Ist halt echt. Das ist nicht normal, was mit dir passiert. Ja, keine Ahnung. Ich bin superschnell durchgekommen. Ja. Also wirklich schnell durchgekommen. Ja. Wenn ich einmal angefangen habe zu lesen, dann hatte ich auch weiter Bock 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 Bock. Weiß ich noch? Lese lesen lesen lesen? Ähm. Die Charaktere sind... Nerf ich? Nein. Nora? Nein. Mama? Du hast mir selbst gesenkt, die hat dich genervt. Guck mal, wenn sie das nicht aufschreibt, dann hat sie einfach... Dann ist alles vorbei. Dann ist alles immer super. Du hast dich genervt durch Nora. nicht, ähm, nicht, ähm, ach, die lasse mich mal kurz rekapazitieren. Okay. Also, ähm, die Charaktere. Also ich find's eigentlich, ich fand's unterhaltsam. Ja, ich fand's unterhaltsam. Ähm, klar haben mich, äh, Sachen genervt, die ich jetzt zum Beispiel in dem ersten Buch, ähm, auch kritisiert habe, halt, ne. Ähm, du kannst nicht immer nur missbauen und erwarten, dass der andere damit klarkommt. Ähm, aber die kommen auch immer durch. Ähm, ja, es ist halt eine leichte Lektüre. Aber es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, das zu lesen. Ich war noch drin, genau. Ich glaub, du fandst das sogar spannend, was ich ganz krass fand. Ja, weil, ähm, da ist gezeigt, so ein... Mystery Aspect. Genau. Und dann war man schon drüber, also hab ich die ganze Zeit drüber nachgedacht, so, hm, wer ist denn jetzt Sitte böse? Mhm. Und wieso nicht und wieso wohl und nicht warum? Und ich mein, nachher so das Ergebnis war so wieder, hm. Aber es ist ein krasser Cliffhanger, oder? Ähm, krasser, ach so. Ich fand den krass. Der hat mich gekillt. Der fand's. Ich hab das Buch in meinem ersten Jahr als Leserin gelesen und ich hatte noch nie einen Cliffhanger. Aber da warst du 15. Ja. Aber ich hatte noch nie einen Cliffhanger und ich hab das gelesen und es hat geendet. Und ich war einfach so, hä, das ist doch kein Ende. Du kannst doch ein Buch nicht so beenden. Also das war so meine erste Experience mit einem Cliffhanger. Das und Delirium von Lauren Elliver. Das waren beides so Bücher, wo ich dachte, what? Der ist hängen geblieben für immer als einer der schlimmsten. Ja, es ist schon in dem Sinn ein Cliffhanger. Aber, ähm, ich weiß, ich kann gar nicht erklären, was dieses Buch bei mir so bewirkt. Also ich hab irgendwie, das ist wie so, wie so eine Zwischenmahlzeit. Wie so ein Apfel für Zwischenmahl. Ja, genau. Also nicht so wichtig. Du hast nicht so richtig Hunger. Aber irgendwas muss her. Da ist es. Okay. Also von daher auch nicht so wichtig, weißt du? Weil deine Hauptnahrung hattest du schon. Zwar nicht diesen Monat. Aber vielleicht nächsten Monat. Ja, doch, nächsten Monat auf jeden Fall. Sie ist, äh, bereit. Okay. Ich bin schon ganz clever. Zweitbeste Buch. Na. Zweitbeste Buch ist eins, was Mama lesen muss, wenn ich es dann auf Deutsch gekauft habe. Dazu gibt es ebenfalls einen Vlog. Deswegen werde ich es jetzt nicht zu hoch anpreisen, damit sie keine zu hohen Einung hat. Und sie sagt gar nichts mehr zu den Büchern. Mhm, ich sag, mhm, es geht. Hi, I'm a King von Joe Abercrombie. Auf Deutsch ist das Königsschwur. Äh, wir werden uns das auf Deutsch kaufen, damit man da was lesen kann. Ich fand's einfach sehr gut. Es hat 5 Sterne bekommen. Äh, ich sehe ja ein, das ist nicht was für jeden. Dass, wer der Dieb gemocht hat, dem wird das hier auch gefallen. Wer nicht der Dieb mochte, dem wird das hier auch nicht gefallen. Weil es einfach so eins dieser Bücher ist, wo einfach eine Gruppe von Leuten unterwegs ist. Und dann passieren halt hier und da ein paar Sachen. Es gibt halt so politische Intrigen und so. Aber es passiert nicht wirklich viel bis zum Ende hin. Wo ein paar Top-Twists waren, wo ich dachte, hm, hab ich nicht mehr gereicht. Das war krass. Ähm, ja, wir verfolgen hier Jarvie, der nie König sein wollte. Also das ist der zweite Erbe des Throns. Deswegen musste der auf sich keine Gedanken machen. Bis im ersten Kapitel sein Onkel kommt und sagt, Hi, dein Vater und dein Bruder sind tot. Was geht ab, König? Und er ist jetzt König. Und seine Mutter ist auf 180, weil ihr Sohn und ihr Mann tot sind. Und sie dirigiert Jarvie dann eigentlich in den Krieg, auf den er eigentlich so überhaupt keinen Bock hat. Weil Jarvie hat eine verkrüppelte Hand. Ja, und dann passieren Sachen, Intrigen passieren und Jarvie muss sich seinen Thron zurückholen. Ich fand's einfach gut. Ich war, ich mochte den Streifsee total gerne. Der war irgendwie was ganz Besonderes, weil Jo Abercrombie voll oft geschrieben hat, wir machten das und das und das und das. Und das klingt ja eigentlich total repetitiv. Aber hier finde ich, hat das super gut geklappt. Ich mochte Jarvie, ich mag Jarvie. Ich find den einfach cool. Und ich mochte die Leute mit denen, die unterwegs waren. Ich fand's einfach gut. Es ging super schnell. Ich hatte Spaß. Und ich werde ganz bald den, äh, den nächsten Band lesen auf Deutsch. Mhm. Ja. Und dann das beste Buch dieses Monats. Es kommt noch eine Reinvorstellung, ach, ein Reinvorstellung, ein Review. Ach, ja. Eine Review dazu, äh, diesen Monat. Ich weiß noch nicht zu welchen anderen Büchern eine kommt, deswegen hab ich das jetzt nicht dazu gesagt. Aber zu dem hier kommt eine. Und, äh, ganz crazyerweise ist das kein Buch aus 5 Sterne bekommen hat. Also, tja. Es war Autobiography von Christina Lauren. Es hat 4,5 Sterne bekommen. Trotzdem ist es das beste Buch dieses Monat. Weil, ich hatte selten ein Buch, was mich so gepackt hat. Ich habe in jeder freien Sekunde gelesen. Ihr müsst euch vorstellen, ich lese immer im Bus auf dem Weg zur Uni. Und dann, ich bin meistens vor meiner Freundin da. Deswegen hab ich dann 10 Minuten, die ich da halt rumsitze. Ich nehm nie ein Buch raus in diesen 10 Minuten, weil ich mir denke, yo, was soll ich machen in den 10 Minuten? Ich hab das Buch rausgeholt. Ich hab gelesen. Ich hab, äh, meine Freundin geschrieben, ich so, wann kommst du diese 2 Minuten? Ich hab gelesen. Ich hab in jeder freien Sekunde gelesen. Ich hab in jeder freien Sekunde über dieses Buch nachgedacht. Ich liebe die Charaktere. Ich liebe, was passiert. Ich liebe alles an diesem Buch. Bis zu den letzten 40 Seiten. Die, meiner Meinung nach, eine totale Fallkatastrophe waren. Deswegen auch keine 5 Sterne. Weil dieses Ende, das war einfach so, wie kannst du 360 Seiten Perfektion schaffen. Und dann verkackst du alles. Das ist eigentlich Menschen nicht möglich. Entweder du kannst halt etwas gut oder halt nicht. Aber das hier, das ist krass. Ähm, es geht hier um einen bisexuellen Jungen, der sich in einen, äh, den Sohn des Bischops verliebt. In einer sehr konservativen Gemeinschaft. Tolles Buch, Leute. Lest es. Äh, wie gesagt, die Review kommt, da rede ich natürlich mehr darüber. Es ist so gut. Es ist, ich hab wirklich... Ja, sie hat ständig darüber gesprochen. Jetzt hat er das und jetzt hat er das. Ja. Du musst dir mal vorstellen, dann liest du es und den. Und ich hab halt auch noch eine Woche oder zwei, nachdem ich das Buch gelesen hatte, drüber nachgedacht. Und ich war die ganze Zeit, warum? Hat das so geendet? Warum? Es hätte so viel anders machen können. Es ist definitiv ein Buch, was ich nochmal lesen werde. Nächstes Jahr wahrscheinlich. Und das hat dich auch inspiriert wieder für ein anderes Buch, was du gerne schreiben würdest, ne? Ja. Ich hab ja immer so viele Ideen und dann setze ich mich nicht ran. Aber das hat mich inspiriert in der Tat. Das und das Game of Thrones Finale für ein anderes, was ich gerne schreiben würde. Ob das passiert, ich weiß ja nicht. Aber es war so toll. Es war einfach so, so toll. Und ich bitte euch, lest es sofort. So. Mama, was planst du für nächsten Monat? Also, für nächsten Monat plane ich, ähm... Bitte erwähne jetzt nicht Sarah Dumas. Hey Leute, wir haben gestern das Hotel gebucht. Ja, wir sind nämlich auf der... Auf der Frankfurter Buchmesse werden wir anzutreffen sein. Sie und ich. Also wir werden da rumlaufen, ne? Ja, wir sind nicht cool und haben irgendein Treffen für uns. Aber wir werden da sein, wir laufen. Wir können aber so tun, als ob... Ja, genau. Ne, so, ja, das haben wir gebucht. Aber wo... Ja, wir haben gebucht. Was? Hey. Hey, da komm. Ähm... Ja, aber was planst du für nächsten Monat? Nächsten Monat plane ich vier Bücher, wie immer. Ja? Hast du schon geguckt welche? Nein, aber ich plane vier Bücher. Aber ich hab ähm... Ich hab letztens drüber nach... Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Dann hatten wir noch keine Zeit drüber. Ähm... Ich hatte mal drüber nachgedacht, weil... In letzter Zeit, finde ich... Hab ich nicht mehr so die Connections zu den Büchern, die ich lese. Ähm... Und ich lese ja halt sehr viele Bücher, die Melli halt gefallen, ne? So, immer das gleiche Genre und so. Ich hab mir überlegt, wenn ihr so lieb seid und mir vielleicht unter diesem Video Vorschläge machen könnt, also immer nur ein Buch, was ihr meint, was mir gefallen könnte. Und dann würde ich mir nächsten Monat, also die... Ich würde mir dann halt, wenn das Video rauskommt, die Kommentare angucken und daraus ein Buch fischen, was ich mir dann kaufe und lese. Äh... Der Mann kommt durch. Ja, und lese. Also, wenn ihr so lieb seid und meint, ihr wüsstet ein Buch, was mir bestimmt gefallen wird. Ihr habt mich ja jetzt schon ein paar Mal gesehen. Was meint ihr, könnte mir gefallen? Und äh... Dann bin ich halt gespannt, wenn ich das lese, ob ihr richtig lacht. Und du sitzt jetzt gerade aber auch noch an einem Buch, ne? Ich sitze jetzt gerade an einem Buch. Ich beende eine Reihe. Reihen, ja. Das Thema der Bucketlist ist nämlich beende eine Reihe. Yay, ich bin schlau. Und du bist noch nicht so weit, ne? Ne, 23 Seiten oder so. Ich hab gerade das angefangen. Okay. Ich sitze an Lied des Blutes von Anthony Ryan. Ähm, der erste Teil der Rabenschatten-Trilogie. Ich beende es, wie gesagt, morgen. Ich hab noch knapp 200 Seiten. Bisschen weniger. Ich find's sehr gut. Und du musst es lesen. Ich find's wirklich gut. Und du musst immer alles lesen. Ja, es ist halt sehr dick, ne? Es hat 770 Seiten. Das ist ein bisschen ekelhaft. Aber das find ich bisher sehr gut. Auf jeden Fall find ich es bisher sehr, sehr gut. Ähm, bisher, ich bin fast am Ende. Ich find's sehr gut. Ich find, wie es aufgemacht ist, sehr, sehr gut. Das gibt mir viel Kraft für den Namen des Windes. Aber es wird mir noch eine Weile dauern, wie das noch der Name des Windes ist. Weil, ähm, es ist ja noch nicht mal durch. Die Reihe. Von daher, na. Aber ja. Äh, find mir sehr gut. Das war's, oder? Hast du noch was zu sagen? Weil ich hab das Gefühl, ich wollte noch was sagen. Und ich weiß einfach nicht mehr, was es war. Hm, ich hab nichts mehr zu sagen. Äh, ach ja, genau! Mein... Ich hab dich gefragt, was du plantest. Und du hast mich nicht gefragt, was du plantest. Hey, was plantest du? Mhm. Hm. Ich, äh, plane meinen nächsten Monat auf Reihen beenden auszulegen. Ich werde drei Reihen beenden. Und das sind auch die Reihen, die in dem Vlog stattfinden werden. Wir werden nämlich einen Vlog mit, äh, Thema machen. Nämlich Reihen beenden. Und welche Reihe ist die beste von den Reihen, die dann beendet wurden. Und ich hab einen großen Fokus auf dicke Bücher. Also auf 500 und bisschen mehr. Eigentlich zu 500 Hübscher. Ähm, weil... Das ja auch jetzt mal sein muss. Ne? Ich hab viele normal lange Bücher gelesen. Und jetzt will ich mal mich dran setzen an die dickeren. Und ja, das ist mein Vlog. Okay. Guter Vlog. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag. Das tun wir. Und bis zum nächsten Mal! Tschau! '!